und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren folge vom let's play omzi 2 der omnibus simulator und so hat das ganze hier vor zehn jahren tatsächlich angefangen es ist zehn jahre her seit das erste omzi video hier auf meinem kanal erschienen ist und das feiern wir mit exakt der kombination die wir damals vor zehn jahren gefahren sind wir schreiben den zweiten mai 2014 ja es war damals ein freitag heute ist es ein donnerstag so weit ist es gar nicht davon weg und wir fahren eine runde u307 auf tetau genau die linie genau die uhrzeit und schauen wir mal was sich so verändert hat wahrscheinlich nicht allzu viel finde ich auf jeden fall mega spannend dass auf jeden fall hier das erste omzi wirklich verlängert ist natürlich auch am ende in der endcard so was hatten wir damals noch gar nicht so ein feature das gab es damals noch gar nicht so eine endcard und jetzt haben wir so was ist das nicht fancy mega prägen das heißt ich kann jetzt sogar am ende genau das video verlegt über das ich geredet habe sonst glaube ich früher hätte man das einfach in die beschreibung packen müssen habe ich damals auch schon dachlucken aufgemacht ich weiß es gar nicht aber ich habe versucht ein klein wenig zu recherchieren und das irgendwie vergleichsweise ähnlich zu machen auf was ich jetzt mal verzichtet habe ist den bus exakt genau so zu verwenden also ich habe mir gedacht ja ich habe mir gedacht ja u307 himbeerrot mit matrix und so kriegen wir hin jetzt hat perrottinus inzwischen allerdings die v2 von dem bus veröffentlicht ja ist auch schon zehn jahre ja mit dem ersten video entsprechend habe ich mir gedacht nee komm das machst du jetzt nicht dass du den alten v1 auch nimmst sondern da habe ich mich jetzt mal ganz spontan dafür entschieden dass wir doch den neuen nehmen ich hoffe er verzeiht mir das ansonsten dürfte eigentlich alles beim alten sein und dann ziehen wir gerade hier einmal vor ich weiß nicht ihr könnt auch gerne so wie sie nicht er könnt gerne alles vergleichen josh mein fast die keine ahnung die fps rate im video sind hoffentlich die einzige sachen die sich verändert haben aber ich muss sagen ich bin so ein kleines bisschen ja jetzt nicht melancholisch aber irgendwie so fahrscheine verkaufen fantastisch so für 2,80 euro war damals auch schon nicht ganz so kompliziert damals das war ein bisschen nisier da dauert einen kleinen moment meine dame das ist alles ein bisschen so wir haben keine 20 wir sind d mark so ich wünsche ihnen eine gute fahrt hallo mit den fahrkarten geht mir jetzt schon irgendwie auf den zeiger aber gut das gehört einfach dazu ich meine es auch eigentlich nicht allzu viel los hier ne schönen tag und hier sollte ich an der festhalle ein bisschen was los ansonsten ist er täter aber jetzt nicht sonderlich von allzu vielen fahrgästen gezeichnet ist halt irgendwo auf dem land und entsprechend bitteschön haben wir das jetzt guck mal ist das schöne bringt natürlich so ein bisschen aus dem aus dem ich schwäge in erinnerungen pattern aber so was sagt denn hier das ding was sagt denn der uhrzeit vier nach ist noch ein minütchen datum uhr kann ich sogar so an machen okay die deutsche bundesbahn kann ich sogar das display erleuchten guck mal da geht mir doch sogar noch ein licht auf hier das ist ja fantastisch so wenn das nächste mal püppte oder so hätte ich gesagt können wir dann los so hat das so hat hat angefangen hier mit um sie folge 2 vor zehn jahren das ist einfach ist einfach ein highlight ist einfach schön gewesen schöne zehn jahre bisher hier hoffentlich für alle seiten nicht nur für mich auch für euch und hoffentlich nur für euch sondern auch für mich die wir hier zusammen auf youtube erlebt haben und ich denke mal dass ja gut ist jetzt natürlich nicht die mega party folge sondern einfach so ein kleines bisschen erinnerungen aka nostalgie was wird es hier mitmachen so warte mal ganz kurz eine sonst immer noch machen zapp zapp das kriegen wir aber schnell hin denke ich mal genau ach ja ist das nicht schön ist das nicht fein hier freue ich mich ein bisschen auch eine kombination die ich selber ewig nicht mehr gefahren bin hier tatsächlich auch tette überhaupt aus meinem rechne noch nie gefahren entsprechend hatte ich da jetzt noch ein objekt was gefehlt hat musste also ein kleines bisschen rum installieren der o307 hat auch noch ein paar variablen weiß ich gar nicht habe ich das erste mal geschafft die kurve hier man weiß es nicht könnt ihr natürlich gerne nachschauen also ich lade euch gerne ein falls ja mal ein bisschen wie sagt man jetzt heutzutage abcringen wollt könnt ihr gerne euch im anschluss die erste folge aka um sie folge 2 anschauen ist auch übrigens ein cooler insider dass das so ist also hat ich auch in einem video erzählt warum das so ist wir haben einen fahrschein für den halben tarif und er kostet 30 so danke sehr und dann machte 20 und 58 so genau und deswegen starten wir jetzt hier wie gesagt mit dem jubiläum auf folge 2 zu ist seit ihm ne irgendwie hat das schon was also damals tatau gefahren ich weiß auch noch wie ich das damals so derbe abgefeiert habe also ich habe auch selber ganz kurz durch die beiden folgen geskippt damals natürlich alles noch geschnitten also in der mitte gekattet so auf roundabout 20 minuten also irgendwann hat sich da 15 bis 20 minuten etabliert es war halt wirklich so wie man damals die typ gemacht hat also da gab es dann halt irgendwie aufnahme sessions endlos aufnahmen die hat man halt einfach irgendwie gerade sagen in der mitte gestückelt stimmt aber gar nicht die hat man irgendwo zwischendrin gestückelt und ja das war so hat man damals videos gemacht das ist das was man sagen auch nicht mehr macht heute macht man das mit den cuts eher genau einmal andersrum also statt zu sagen hey ich nehme was schneidest auseinander mehrere parts schneidet man mehrere sachen zusammen weil man irgendwie weiß ich nicht scheinbar mit so klassischen 15 20 minuten let's plays außer endlos aufnahme session irgendwie keinen mehr vom bildschirm vor lockt aber ich gebe das auch ein thema was wir schon das eine oder andere mal hat ich gebe das jetzt lass ich mal ein bisschen zu ne so ist der sound ein bisschen kerniger so genau und so ist es eben damals gewesen nochmal angefangen ich erinnere mich echt noch an das setup damals das war das war ganz ganz wilde zeit ne ich weiß auch gar nicht mehr hatte ich da also ich weiß das nicht am anfang so die ersten folgen waren auf jeden fall noch das windows movie maker gerendert das war ganz spannende angelegenheit ansonsten ich habe auch audio separat aufgenommen und hasse nicht gesehen also das war ich jetzt nicht noch schneiden nee war doch eine spur oder ich weiß dass ich nicht werde also ich hatte lange lange vor allem auch wirklich die ersten videos nicht nur die ersten paar sondern eine ganz schöne menge an ersten videos hatte ich mit meinem ganz alten laptop aufgenommen also wirklich notebook gewesen ist auch kein krasses gaming notebook sondern notebook halt ne und habe das zwar so ein bisschen grafik chip drin aber aufnehmen konnte damit halt nicht deswegen hatte ich mir eine game capture card geholt ich weiß gar nicht ob das direkt schon day one war ich kann mir ja nicht vorstellen dass ich vor dem start des let's play ins schon irgendwie investition gemacht habe wobei ich aber auch ein mikro gekauft noch so ist es ja nicht was habe ich damals gemacht ich wirklich direkt angefangen mit dieser game capture card aufzunehmen also game capture card ist was was man heutzutage hat noch eher für konsolen verwendet für pc ist eher weniger da gibt es mittlerweile coole software und zwar greift die halt das e-signal ab und nimmt das halt auf und das hatte ich damals gemacht ne sound auch lange aufgenommen extra in outer city das ganze dann halt zusammen gerendert ne damals hat man das halt noch überhaupt hat man alles rendern müssen das hat halt immer ewig gebraucht was hat 20 minuten aufgenommen und das hat da noch mal eine dreiviertel stunde irgendwie nach dem schneiden irgendwie aus ballern müssen das ist was das irgendwie ist aber wesentlich erleichtert wurde vom workflow aber schon dann hatte ich wirklich die ersten von schon so aufgenommen hat man auch so leichten weiß stich das weiß ich noch es hatte die game capture card und der movie maker ins zusammenspiel hat nie so einen leichten weiß stich halt im video also wenn er das seht wisst ihr was ich mein ansonsten bus sound viel zu laut gewesen und ansonsten aber alles so beim alten ach ja vor allem selbe strecke das war wie ich auch damals täter hoch und runter gefahren bin vor allem ich hab ne wir haben auch dieses jahr ist um die zwei nee um die zwei ist jetzt schon zehn jahre alt ja es ist sonst die zwei angefangen also ich habe ja nie um sie eins let's place gemacht und ich finde tätow ich gar nicht in meiner erinnerung dass das vergleichsweise gar nicht so mega spät nach release gekommen ist also ich dachte ja das war so ein mega später meilenstein in der um sie map geschichte dabei ist tätow vergleichsweise alt jetzt an aktuellen maßstäben aber ich finde ich das hat so das genre über land map hat tätow einfach finde ich auch für ein absolutes next level katapultiert also meiner meinung nach und ich denke und glaube damit bin ich nicht alleine dass das echt was war wo also was das einfach auf echt ein nächstes level gehoben hat vor allem hat auch mega cool weil ja teile des teams glaube ich also nagel mich jetzt nicht mega drauf fest ja auch an der wie heißt denn das jetzt ich wusste es vorher noch ne das ist auch so ein payware projekt aber perotinus den bus und 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 ist das lichten tunnel heißt das schon anders schlag mich jetzt bitte nicht aber auf jeden fall selbes team und auch da denke ich mal hat man wieder echt was was irgendwie ja um sie einfach auf ein neues level hebt also das hier auch genau die vegetation vor allem das weiß ich noch also vegetation hier im spiel auf dem niveau ist einfach das war damals also unübertroffen nie da gewesen die acht drei vier drei bin ich aber kann das sein dass ich glaube ich habe da lass mich das mal ganz kurz korrigieren so ist mir natürlich nicht passiert weil damals er professionell so das hat auch funktioniert haben wir dann jetzt wo die türen offen muss auch die türen offen sein wenn jemand von euch mit mal das licht irgendwie leuchtet nicht mehr grün war aber wird schon passen muss ja nicht grün leuchtet um zu funktionieren so da wäre ich wenn keiner mit möchte dann hätte ich gesagt können wir auch weiter was ich an stunden auf tata ist immer so eine collision keine ahnung hier überquatsch das einfach mal ich möchte mich jetzt nicht von meinem nostalgie alles schön und super trip abbringen lassen das würde ja auch dem anlass nicht gerecht werden ach ist ja klasse auch wenn joshia und da mal ein bisschen gefällt hat aber ich glaube das ist auch in den ganzen folgen nicht das erste mal geblieben das nicht alles so hundertprozentig glatt läuft wobei ich jetzt schon versucht habe das ist jetzt also fehler passieren so sachen wie jetzt irgendwie fahrstil fehler sind ja vielleicht auch teilweise ganz interessant zuzuschauen so wird es unterhaltsam möchte man meinen jetzt technische faux pas glaube ich ist jetzt nicht so spannend also wenn das jetzt nicht irgendwie was ist was einen ganz witzigen output hat habe ich schon echt immer versucht so dass das technische einfach auf einem level zu halten das einfach funktioniert ich weiß es gab mal stellenweise auch in dem einen oder anderen game so eine phase von auch einem jahr auf dem kanal ist auch noch gar nicht so lange her wo das echt problematisch war auch mit der video qualität konstante framerate etc also ich hoffe das hat sich alles irgendwie so ein bisschen eingepegelt dass die videos also klar natürlich in den großteil ist halt schon inhalt also ich wollte gerade abwägen was ist jetzt wichtig wow okay war das jetzt damals auch schon so ich hab das mit der nostalgie kann ich mir irgendwie gerade so ein bisschen an den den hut schmieren das ist ja wild das wüsste ich gar nicht mehr dass das so war das wirklich so so der muss mal wieder herpariert so der ab auf der strecke hier ne so hallo liebes auto ja da tut mir so ein bisschen leid was hier passiert ist ich hätte gesagt das mit der das mit der schönen gemütlichen nostalgie folge ja du ne die geht gerade so ein bisschen den bach runter ich meine jetzt zwischen auch schöne bäche und flüsse ja gut dass ihr jetzt alle aussteigen wollt das kann ich euch jetzt ich brauche da ein bisschen wind so das ist schon mega nervig hier oben im bild aber ja da kannst du halt auch nichts machen ne so fahrst du immer wieder ein bisschen gleich auf ein seriöses niveau heben und dann sagen können wir das hier weiter machen war das schon immer so boah keine ahnung also ein bisschen ganz also ich muss sagen so mit dem detail käse mich da schon ein bisschen aber was ich eigentlich sagen wollte ist so so technische fails wie jetzt irgendwie sound nicht passt oder hast du nicht gesehen sowas ist halt schlimmer als wenn jetzt sowas wie gerade eben passiert also ich meine je nach video anlass wenn das jetzt irgendwie neues addon war oder sowas habe ich schon mega versucht jetzt sowas hier zu vermeiden ähm jetzt für so ganz reguläres let's play zwischendurch keine ahnung also wenn das jetzt nur glatt gebügelt läuft aber das wird schon seltsam ne ich meine das meiste ist ja auch irgendwie wenn der content heutzutage ist ja auch mehr auf solchen fails und so aufgebaut so OMG was ist da passiert ähm also da wäre halt nur so ein zusammenschnitt von sowas hi hier mit euren fahrkarten das ist mir eindeutig wieder zu viel fahrkarte hier muss ich sagen 1,90€ was ist jetzt schon wieder dein problem es ist kein halbes ticket ja ja ist alles gut so fahrt hier oh ja nostalgie alles ist gemütlich funktioniert schon alles gar nicht mehr ich merke schon ich war zu selten Omzi in letzter Zeit gut ich muss auch sagen dafür dass der kanal hier auf Omzi aufgebaut wird wurde ähm kam das in letzter Zeit ein wenig weniger ähm da muss ich mich wirklich an meine eigene Nase fassen und das ist tatsächlich korrekt ich ja ich guck einfach mal dass das nochmal anders wird irgendwie so besser wird ne dass auch vielleicht wieder ein neues spannender Kram rauskommt hab jetzt auch gesehen das kam zwar so eine Tram da habe ich jetzt aber irgendwie für Zürich oder so muss ich aber sagen aber irgendwie fühle ich gerade nicht muss ich sagen ne das ist glaube ich auch so ein bisschen was was ich jetzt verändert habe zu früher zu früher zu früher habe ich wirklich auch versucht mir wirklich also alles was nur irgend mögliches runterzuladen einfach um auch Content davon zu produzieren also um auch den Mehrwert zu bieten wenn du mir auf dem Kanal schaust findest du auch irgendwie immer neue Sachen neue Inhalte neue Busse neue Maps Repaints et cetera ähm hast du nicht gesehen und das hab ich wirklich viele gemacht also mal abgesehen von den Folgen ganz am Anfang wo die hat so noch so auseinander geschnitten wurden war das irgendwann mal so dass ich schon auch probiert habe wirklich in jeder Folge ist irgend ein neues Element also irgendwas was so was ich so noch nicht gemacht habe und das halt weit über 1000 Folgen durchzuziehen ist halt schon krass und entsprechend stark ist dann auch mein Omsi dazu angewachsen und das hat dann auch immer dazu geführt dass das nicht mehr so mega gut funktioniert hat technisch also kurz zum Kontext ich hatte irgendwann dann glaube ich 800 Gigabyte Omsi ähm es war quasi eine Platte die fast nur dafür da war da lag auch noch der Train Simulator drauf also Train Sim Classic der arme auf derselben Terabyte Platte die hat dann irgendwie ja da war dann nicht mehr viel Platz und vor allem muss ich auch wirklich sagen hat zwar niemand empfohlen dass man das tut aber ich hatte wirklich von Omsi 1 auf Omsi 2 damals auch schon länger als 10 Jahre her hatte ich ja wirklich einfach meinen ganzen Content mitgenommen also einfach alles rüber kopiert versucht zu migrieren und dann hat das teilweise funktioniert ja und entsprechend zugemüllt war das halt alles also irgendwie 280 Map Ordner und ach das war schon soweit ich da alles drin hatte war es echt nicht mehr feilig und auch dann die Startzeit dann davon und deswegen habe ich ja glaube ich auch schon mal Videos erzählt dann Ende Mitte, Ende letzten Jahres dann mit dem mit dem neuen Rechner hier dann mal so ein wenig entschlankt beziehungsweise nur selektiv das installiert wo ich wirklich sage hey das ist was das würde ich auch gerne fahren also einfach um auch es ist so langfristig ein bisschen mir auch den Spielspaß zu erhalten indem ich halt jetzt nicht irgendwie in eine Anwendung reinkomme die irgendwie mega todes buggy ist weil das immer auch mal drei Jahre lang lädt sondern was was auch einfach irgendwie überhaupt jemand ja das jemand möchte wahrscheinlich mit so genau das ist so der Grund warum ich jetzt eine relativ schlanke Installation habe ich glaube nur so 15 Mod Maps der Rest hat halt Payware also Payware halt voll installiert weil das brauchst du teilweise für die Freeware Maps und dann halt einfach nur noch wirklich den Kram wo ich sage aber dann würde ich auch gerne so fahren und natürlich spannende neue Sachen denn weiter nachgezogen da war doch gerade jemand okay da ist auch wieder jemand das hatte ich wohl gerade irgendwie übersehen seh wir dürfen es einmal rein hier machen wir den fällen hier mal wieder aus hier mit einem Fahrschein das tickt ist schon wieder 10 Minuten vergangen oder wat Tatsache 20 und 2 eine gute Fahrt trotzdem Süde da ist frei das ist ja klasse so wollen wir mal wieder weiter hier ach die hat doch schon echt eine schöne Karte das ist einfach immer wieder ein Highlight auch wenn ich wahrscheinlich wieder Verspätungen sammle und Zeug aber es ist schön gebaut es ist mega performant und ach das ist einfach eine es ist einfach ein Highlight das ist wirklich schon also überlandtechnisch finde ich immer noch eine schöne Karte obwohl so viel passiert ist und ich finde die meisten anderen Maps aus dem Zeitraum finde ich den siehst du ja alter an und hier ist das einfach ich finde ich das war ein würdiger Start in den Kanal so zumindest maptechnisch dass das jetzt irgendwie wert war und würde ich da überhaupt irgendwas zu tun so die andere Frage aber ich finde so schon dass das eine sehr sehr schöne Eröffnung war wenn die wahrscheinlich gar nicht mehr ja weiß ich nicht ist glaube ich nicht mehr so in der Hot Rotation drin von den meisten Leuten also ich finde wenn es ein bisschen so um Nostalgie geht nicht nur um Omsi Nostalgie sondern auch um nostalgische Busse einzusetzen denke ich mal ist Tether schon echt eine Karte die man da mega gut machen kann also einen finde ich all time classic der irgendwie immer funktioniert ich finde auch früher hattest du relativ viele Maps wo das halt einfach gut geklappt hat also wo du einfach auch diese historischen Busse also Omsi ist ja wenn man sich mal so den Standard Content betrachtet sind das natürlich Busse der roundabout plus minus 80er Jahre und auch ja so die ersten DLCs teilweise haben wir schon auch irgendwie mit in die Kerbe geschlagen entsprechend war auch damals wirklich ein Großteil der Busse irgendwie aus dem Zeitraum und ich finde bis modernere Fahrzeuge halbwegs einen Stand hatten den man gut fahren konnte hat das echt ewig gebraucht also da kam dann in der Omsi 1, Omsi 2 Schwelle irgendwann dann auch der Citarre von Altair auch absoluter Step in der Busqualität und auch finde ich wenn man halt echt merkt da musste noch viel viel Arbeit reingesteckt werden bis das mal annähernd jetzt die Qualität die jetzt das Fahrzeug mit der Morphe Mod hat mit dem ganzen Display und Zeug mit den ganzen Fahrschein Druckern also du hattest halt am Anfang viele historische Busse und du hattest auch viele Maps wo das einfach ganz gut funktioniert hat und jetzt hast du halt echt eine relativ große Auswahl an so ziemlich also überhaupt vielen Bussen und vor allem auch so an den meisten relevanten aktuellen Bussen und vor allem finde ich auch eine echt guten Qualität also damals ich überlege als das war der C2 war damals auch ziemlich frisch so als Fahrzeug per se also ich weiß noch hier hat mir die Folge gegattet das ist hier ganz kurz zum Protokoll hier entstand der Witz mit dem irgendwas mit einmal einmal Kind bitte also da kam ein Witz und hier sind wir dann gecuttet und hier sind wir dann losgefahren das war dann Start in die zweite Folge das ganz kurzer Einschub das ist in Folge 3 immer 1 drauf rechnen also das Gegenteil für Informatiker Informatiker zählen da von 0 los Index 0 Mathematiker wahrscheinlich teilweise auch keine Ahnung Indizes laufen oft von 0 aus los und ja genau schon mal vergessen was ich sagen wollte aber ich glaube das hat sich auch nicht getan außer hier ne das auch was was viel vorkam in der ersten Folge man fährt so gegen die Sonne und hat dann die Sonne so im Gesicht und genau das wollte ich jetzt auch haben deswegen haben wir die jetzt auch im Gesicht ja ja so ist das achso ja Maps moderne Busse haben jetzt finde ich echt viele in echt guter Qualität das hat natürlich ewig gedauert aber achso überhaupt so die Map Landschaft ist also wie viel sich da Content mäßig getan hat ist finde ich einfach es ist einfach echt insane da um sich ne also ich finde man merkt so langsam also der Zenit ist überschritten so das Gefühl ähm so zu den Hochzeiten kamen ja auch wesentlich regelmäßiger Maps Busse etc also im Payware kommt trotzdem noch immer mal relativ viel so die die Modding Community ist auch noch immer irgendwie da aber das jetzt gut das meiste gibt es halt aber auch schon also ne dann kannst du irgendwie noch Maps bauen und da gibt es zwar schon immer mal noch was aber ich finde so die Dichte an Veröffentlichungen hat schon nachgelassen und ich finde so langsam ist so der Zenit rüber gut mancher möchte sagen ein Spiel was weiß ich nicht weit vor den 2010er Jahren in Entwicklung gegangen ist das hat schon länger sein Zenit überschritten das mag sein aber ich muss sagen ich ich spiele es echt immer noch gerne ne und die vielen tausend vielleicht haben wir sogar bald die was sind das? 4000 Spielstunden auf Steam vor um die 2 bei mir geknackt plus die um die 1 Spielstunden das ist einfach weiß ich nicht habe ich in keinem anderen Spiel auch wenn ich das halt mega gerne ETS spiele ähm weil sich auch da maptechnisch finde ich so viel getan hat und das kannst du da halt genauso sagen wenn du überlegst wie die ETS Map zu Beginn aussah vor allem in Deutschland mit den ganzen Reworks ähm wenn du das mal gegeneinander hältst da hast du halt auch ungefähr so den eigentlich den Qualitätsunterschied zwischen Omzi Maps damals und heute mit der Ausnahme von Tetau das sieht auch irgendwie heutzutage immer noch mega aus also da kommen auch heutzutage überall Maps raus die dagegen nicht mehr im Ansatz eben hier ankommen so das ist einfach ach ja das Kaffee ich weiß noch ach ja ist das schön vor allem weil ich auch hier immer mal wieder Flashbacks hatte auf eine meiner davor herigen Lieblings Maps und zwar Landkreis Glesien 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 wahrscheinlich ähm V2 V1 kannte ich glaube ich gar nicht ähm warum auch immer aber schöne Map auf jeden Fall auch ne ähnliche Leute daran beteiligt wie jetzt auch Tetau und da ist ein Teil daraus übernommen so das ist irgendwie ganz cool wenn man das weiß und sieht wenn man hier vorne gleich rechts guckt hab ich bischen auch schon mal in einem anderen Video mal gezeigt und erklärt ähm ist das ein Teil eben aus Landkreis Glesien so also ich kann mal ganz kurz gucken zeigen da da das Ding hier mit den ähm genau hier da entlang wenn das wieder ein bisschen was von wo wir jetzt aus Tetau kam ne also wo wir losgefahren sind an dem das hier der Betriebshof so äh das hat mich irgendwie ich verfehle das cool ne so dass das grob vom vom Dinger irgendwie ähnlich war und ach das hat mich ich ich mochte diesen diesen Überladwebstil der hat mich einfach Todes gefeiert mit Landkreis Glesien auch ewig oft unterwegs gewesen das war auch wirklich insane auch Freifurt hat viel gemacht und ach ja alles irgendwie Sachen die ich ich hoffentlich auch ein bisschen einfangen konnte euch auch dafür begeistern konnte mit meinem Kanal und irgendwie mega krass zurück zu blicken und zu sagen ich mach den Kram jetzt zehn Jahre also auch überhaupt wenn ich überlege was sich in meinem Leben seitdem verändert hat das ist äh ganz wild also wenn du überlegst du fängst halt als Schüler an äh der Bus läuft ab äh fängst halt als Schüler an und weiß ich nicht stehst du gefühlt kurz vor deinem Abschluss und jetzt zehn Jahre später Studium hinter sich wenn das mitten im Job und ach das ist ich weiß nicht das ist schon wenn ich überlege dass das so eine Konstante ist die irgendwie geblieben ist das irgendwie ganz cool und immer noch gibt es diese Map und das funktioniert irgendwie immer noch es ist einfach irgendwie schon cool irgendwas anderes wollte ich noch sagen ich habe es schon vergessen ich werde rührselig ja ja der alte Mann hier wird rührselig der alte Mann hier vor dem Mikro ja ja damals als ich auch schon noch jung war bisschen schnell vielleicht ne ah ja der Teil auch mega cooler Teil der Map damals bin ich auch hier runter geheizt ne auch heute gefühlt nicht der beste Phase also ich bin auch vorher mal ganz kurz durch die ersten Folgen geskippt auch so Sonnenburg also Stadtbusnetz irgendwie auch das was was ich mir grad nochmal angeschaut hab von mir und auch da bin ich gefahren also echt wild so vom Fahrstil her und ich habe das Gefühl heute sieht es nicht wie anders aus also heute habe ich da irgendwie einen ähnlichen ähnlichen Fahrstil drauf naja dafür kommen wir hier zügig hoch auch wenn mir der Bus da so ein bisschen leid tut ne arme alte Karre seitdem auch glaube ich doch ich saß seitdem in meinem O307 haha ich erinnere mich war mal bei einem Tag der offenen Tür auch überhaupt was ich sonst noch so erlebt habe ne also jetzt mal abgesehen von wie sich so mein Leben auch privat seitdem gewandelt hat auch was ich mit und durch den Kanal alles erleben konnte ist halt insane also wenn du überlegst du fängst da an hattest halt kurz vorher ne eigene Map veröffentlicht übrigens auch erstes Video bis wir so ne um die Folge 2 nicht normale eigene Map gewesen sondern Tether weil fand ich cooler als meine eigene muss ich ganz ehrlich sagen finde ich immer noch so Tether einfach Map-bautechnisch weit more superior als meine eigene Map und was man einfach weiß ich nicht auch dadurch so erlebt hat was ich dadurch gemacht habe weißt du fängst so an Dings interessiert kein Schwein also gut vielleicht kennt jemand schon dein Nickname auch super Nickname super einprägsam also Iaja einfach top gewählter Kanalname damals dachte ich so ja ja wird schon fast keine Ahnung mehr damit kann irgendwie aufbauen was langfristiges sondern ich hatte ja damals angefangen Videos zu machen in der Hoffnung Tutorials aufzunehmen um Leuten beim Map installieren Fahrzeuge bla blub den Kram halt zu helfen und hatte ich auch gemacht einige Folgen dazu auch später aufgenommen paar Tutorials dachte ich ja das kannst du ja unter dem Namen machen unter dem du auch deine Map veröffentlicht hast so von OMSI ja kann man ja machen Problem halt irgendwie ja super einprägsam Klasse gewählt und seitdem irgendwie nie geändert also ich hatte auch schon mehrere Brainstormings mit verschiedensten Leuten ob man da mal was ändern könnte sollte was auch immer immer zu den Ergebnissen gekommen ja sollte man eigentlich und trotzdem hat sich nichts geändert keine Ahnung also jetzt keine Mega Wahl und trotzdem irgendwie weiß ich nicht ist das so weit darüber hinaus gegangen über das eigentliche hier sitzen und aufnehmen also klar das ist ja der Kern du sitzt halt hier auf dem Lenkrad brabbelst ins Mikrofon erzählst Dinge und fährst nebenher Bus das ist natürlich halt immer das eine aber es ist so unfassbar viel drumrum passiert also wenn ich mal anfange mit ich habe damals durch den Zuschauer organisiert bekommen mal auf dem Betriebshof mit dem Bus eine Runde drehen zu dürfen also würde ich mal einen echten Citaro zu fahren ich habe mir auch nie geglaubt weil ich bin halt kann man mir jetzt abnehmen oder nicht weil ich ja im Dauerquassel bin wahrscheinlich kann man jetzt eher nicht abnehmen aber jeder der mich privat kennt wird wissen ich bin ein unfassbar introvertierter Mensch unfassbar große Probleme mit Menschen die ich nicht kenne zu reden zu kommunizieren und so Sachen wie Small Talks Socialisen Kommunikation im Allgemeinen fällt mir unfassbar schwer und das finde ich unfassbar auslaugend genau so hier quasselt man die ganze Zeit das finde ich immer was anderes so Präsentation könnte ich auch immer halten damit hätte ich kein Problem das ist eher so dieses reden dialogisch und der ist mega anstrengend also habe ich auch schon ein paar mal erzählt aber dadurch dann trotzdem auch irgendwie an sowas also sowas machen zu können weil ich mich eben aus genau dem Grund wahrscheinlich nie getraut hätte versucht sowas zu organisieren oder mal sowas eben ins Leben zu rufen also hätte ich halt so nie gemacht weil ich halt einfach zu zurückhaltend gewesen wäre um sowas mal anzufangen und das ist einfach das sind so mega coole Erfahrungen auch dann ich weiß auch nicht was mich damals geritten hat dieses eine spontane Zuschauertreffen wo ich dann in Wiesbaden war da glaube ich sogar dann zu der Zeit kann das sein und das war zufällig mal anders wo ich auch dort in der Ecke war aber mal ein einziges Zuschauertreffen gemacht und so viele coole Sachen erlebt dann auch angefangen weiß ich nicht mit anderen Mod-Entwicklerinnen und Mod-Entwicklern irgendwie in Kontakt zu kommen mit weiß ich nicht guck mal ich hab da was gemacht magst du das mal vorstellen ich würde das gerne den Leuten zeigen und finde dass du dafür geeignet bist oder sowas irgendwie ist es schon cool dass wenn du was entwickelt hast und sagst hey ich möchte das anderen Leuten zeigen klar man könnte das selber aufnehmen selber hochladen einfach so sagen guck mal finde ich cool wenn du das machst wenn das bei dir kommt auf dem Kanal das ist irgendwie das ist echt was schönes und ich glaube ich bin hier lang gefahren entweder war es genau die Folge oder eine andere Folge wie ich immer lang gefahren bin und ich hab gesagt mein Ziel mit dem Kanal und ist es wirklich exakt die Stelle oder eine sehr ähnlich aussehende Strecke auf Tetau gewesen wie ich gesagt habe so ich fände es cool und was ich eigentlich nur erreichen möchte ist wenn ich was hochlade das ist zumindest eine Handvoll Leute und zwar wirklich im sprich also nicht im sprichwärtigen Sinne sondern im echten Sinne einfach eine Handvoll Leute einfach interessiert und sich drüber freuen und so mehr oder weniger egal was man irgendwie hochlädt was mit Simulation zu tun oder dass es immer irgendjemanden gibt der sich ja so ein kleines bisschen drüber freut und das war mir so irgendwie lange einfach das wichtigste weil ich hatte damals ja auch Leute geschaut die Omsi gespielt haben und auch wenn da mal was anderes kam hatte ich mich immer geärgert weil ich hab gerne Omsi geschaut aber trotzdem hatte ich mir das andere dann immer angeschaut weil ich die so cool fand und ich war da schon ein bisschen Fanboy muss ich schon sagen irgendwie ähm aber auch so gemessen an dem Zeitraum sag ich jetzt mal wo die Leute die ich aktiv beim Omsi Let's Playen verfolgt habe das war für mich persönlich eine Ewigkeit also wenn ich überlege wie ewig mir das vorkam wie ich anderen Omsi Let's Playen dabei zugeschaut habe wie sie damals seitdem noch Omsi Eis Let's Playten haben jetzt haben auch keine Videos gemacht es kam mir ewig vor wie so gefühlt als ob die mein ganzes Leben begleitet hätten wenn ich mal zurückblicke haben die vielleicht vier Jahre YouTube gemacht so für mich war das allerdings eine Ewigkeit irgendwie sitze ich jetzt schon zehn Jahre hier und mache den Kram das ist schon irgendwie ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen also vor allem vor dem Hintergrund wenn ich überlege wie das für mich als Zuschauer ist also ich bin dann nach wie vor YouTube Zuschauer und ab und an dann plöppelt da auch mal ein Video von mir hoch ja ich weiß ja nicht ich hoffe einfach dass es da draußen immer den ein oder die andere gibt die mich damit eine Freude machen kann so das ist es halt eigentlich ne so keine Ahnung es ist einfach echt unterm Strich mal noch ein schönes Hobby auch wenn ihr denke ich mal in letzter Zeit seht dass das ein bisschen nachgelassen hat dass es aber allen möglichen privaten beruflichen umständen et cetera zu verschulden und es soll halt nach wie vor Spaß machen das ist es halt irgendwie nicht mehr wenn man sagt das muss jetzt der und der regelmäßig kommen das hat lang ewig gut mega gut funktioniert also schon paar tausend Videos glaube ich auf dem Kanal oben eine Zeit lang mal auch ein Video pro Tag teilweise sogar zwei Slots am Tag bedient gehabt dann noch ein Story Spiel also unfassbar was ja auch in Videos lange Zeit kamen und vor allem auch über viele Jahre hinweg ich hatte einen Streak von waren das so um die acht Jahre genau ich hatte der war im Kanal Info drinstehen seit September 2014 also jetzt neuneinhalb Jahren da habe ich angefangen täglich hochzuladen und das habe ich wirklich ewig durchgezogen also es ist vielleicht ein oder zwei Jahre her wo ich damit gebrochen habe aber ich habe über Jahre hinweg ich schätze mal so roundabout sieben bis acht Jahre hatte ich täglich neue Videos hochgeladen also täglich mindestens neues Video und das ich das könnte also das ist unfassbar ich könnte das beim Item nicht mehr ähm ich mache das halt wie gesagt wenn irgendwas Schönes kommt ich einfach Bock drauf habe das a entweder selber zu fahren oder einfach auch das mit euch zu teilen vor allem auch wenn es was ne schon so möchtest das ist okay dann möchtest fahren weil immer gibt es auch das eine oder andere vorab zu zeigen finde ich auch eine mega coole Sache also nebst natürlich dass ich Sachen von privaten modern vorstellen kann finde ich auch irgendwie diese Kooperation mit anderen Sachen einfach cool dass du weiß ich nicht einfach schon mal in Sachen reinschauen kannst und das ist irgendwie ja echt eine coole Sache aber was ich schon für Reisen dann unternommen habe ist es ist ich weiß nicht ich finde das irgendwie es ist unfassbar wenn ich wenn ich überlege was das was das alles schon so so gemacht hat auch was ich an Leuten damit äh was ich da kennengelernt habe wenn ich auch überlegt habe letztes Jahr auf der Hochzeit da waren immer auch einige Leute die ich ohne das hier nicht kennengelernt hätte und das ist halt einfach der Fakt viele Leute die ich wirklich gerne habe dass ich die nicht kennengelernt hätte wenn ich den Kram ja nicht gemacht hätte gut die machen den Kram zwar selber nicht mehr aber das ist halt einfach die Zeit ne und ach ich weiß nicht Joshua drüber sehe dich das ist schlimm ekelhaft ne schöne Map übrigens ach das ist das Alter wahrscheinlich ne ja ja damals Joshua damals wäre das nicht passiert ne ne das ist wirklich immer ein Stück Wasser noch so melancholisch auf gut welcher andere Josch kommt dann kommt dann die Herr Josch Stimme oder so keine Ahnung das ist ja auch nicht besser ach ja ach ja ach ja das sind so die Sachen die man mit dem Kanal erlebt ich sag mal so die also auch grad nochmal diese acht Jahre wo ich da wirklich mega durchgezogen hab klar das war Schule Studium et cetera Anfang von Arbeit aber mit welcher mit welchem Commitment ich das teilweise auch gemacht hab ist einfach echt insane also ich weiß noch ich hatte es gab eine Zeit das war der Sommer 2019 warum ich das so genau weiß fragt mich doch ich weiß es aber das war wirklich der Sommer 2019 wo ich 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 glaube für zwei Monate am Stück genau für zwei Monate am Stück hatte ich Videos aufgenommen so also zwei Monate quasi auf der Bildfläche verschwunden und trotzdem passt das von der Uhrzeit her ne passt nicht mehr nochmal 10 Minuten gut und trotzdem gab es jeden Tag ein Video und das finde ich halt irgendwie wenn ich rückblicke halt einfach insane zwei Monate Videos produzieren das tut es tut es tun manche Vollzeit Leute nicht überhaupt so lange sich von ich sag mal Social Media und Kram abmelden weiß ich kann man wahrscheinlich wenn man das ganze irgendwie hauptberuflich macht sorry verklickt so wenn man das irgendwie beruflich macht kann man das sowieso nicht tun deswegen bin ich auch mega froh dass das einfach nur so ein cooles nebenher ob es was mit uns auch gezeigt hat gut nicht dass ich davor wahrscheinlich anders drüber gedacht hätte aber ich weiß ziemlich genau vor allem seitdem noch mal ein bisschen mehr dass eine Selbstständigkeit absolut nichts für mich wäre also ich bin nicht der Typ für für Selbstständigkeit so selbstständiger Arbeit Zeug das ist gar nicht mein Ding so also ich ich weiß dass ich da einfach gerne irgendwie irgendwie so ein bisschen einen geregelten Rahmen habe und nicht so mega todes involviert bin ja dass das irgendwann einfach Feierabend ist und so ich weiß nicht ich brauche so ein bisschen diesen Rahmen auch drumrum und klar Selbstständigkeit hat Vorteile hier und da aber irgendwie hat mir das ja nochmal gezeigt dass das bei weitem nicht das ist was ich irgendwie was ich anstrebe und und ja das einfach cool ist dass das so ein eine schöne kleine Sache nebenher bleibt die weiß ich nicht wie lange die noch bleibt keine Ahnung kann ich nicht sagen also kann ich wirklich nicht sagen das ist hängt von so vielem ab genießen das solange es noch da ist ja 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 gut das alles kann ich ja nie sagen ne das ist ja glaube ich auch so die Einstellung die ja das kannst du nicht machen wenn das mit Omdino ist wie lange ach ja keine Ahnung ob wir da andere Spiele entdecken mhm gut ich hätte ja gerne was ich zumindest am Anfang auch noch ganz hyped war war ja der Nachfolger von Omzi aber ja das ist ja nennen das mal eine Sache für sich und immer noch eine Sache der ich jetzt hier keinen keinen Rahmen keine Bühne bieten möchte deswegen ja aber es es kommt auch immer noch neuer Kram ach ja das wird schon cool also ich glaube da können wir uns definitiv glaube ich noch das eine oder andere Highlight äh gefasst machen hier und ich nehm euch da einfach mit genau auch wenn halt vielleicht nicht in dem modernen Rahmen wie sich jetzt vielleicht in den 10 Jahren YouTube sonst so entwickelt hat in Richtung Anfang schon angesprochen geschnittene Videos in Richtung Shorts in Richtung ja keine Ahnung die ganzen anderen Sachen die dann halt so sind so da habe ich wenn ich das mal vergleicht nicht viel verändert also ich glaube so das einfach nicht in der Mitte auseinander zu schneiden ist so die einzige Änderung sonst ist da nicht viel passiert also sonst habe ich ein paar neue Features immer mit ausprobiert sowas wie die Endcard einfach zu benutzen seit es die gibt ähm aber mich trotzdem jetzt auch seit Jahren seit 10 Jahren explizit äh vehement weigern ein Intro oder sowas zu benutzen aber guck mal das habe ich so lange nicht gemacht bis es von alleine auch keiner mehr tut also Intros zu benutzen ist auch irgendwie weiß ich nicht also hat es auch stark abgenommen vor allem auch bei Gaming Videos beim Rest sowieso nicht also Intros überhaupt so dieses immer wiederkehrende was auch halt bei bei Serien früher halt immer war das quasi immer so der gleiche 10 bis 30 Sekündige in welchen Serien halt auch länger Teil einfach immer wieder abgespielt wird sowas gibt es seltener bis gar nicht mehr auf YouTube finde ich also teilweise gibt es auch so introartige Geschichten aber manchmal auch einfach Sachen die schon mal das Video so ein kleines bisschen vorbereiten vor spoilern aber so ein bisschen sneak peek drauf geben was da so passiert und ja vor allem hat diese mega gleich direkt ins Video rein starten Dinger ich finde so bei MrBeast ist das so Next Level also der hat das durchgespielt mit dem du bist direkt in 20 Sekunden im Video drin und hast nicht erst so ganz viel Hallo bla 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 blub blub Hallo herzlich willkommen bl bla 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 heute machen wir das sondern dieses diese andere Herangehensweise an dieses Storytelling einfach das ja hat sich ein bisschen geändert das habe ich aber wie ihr gemerkt habt das ist sonderlich krass adaptiert aber hey hat wahrscheinlich auch keiner erwartet ne wir sind da wir sind wir machen hier noch alte Schule wir machen hier noch Let's Plays keine Gaming zusammen Dinger kann auch sein dass also hätte auch echt sein können dass das irgendwann nach 2 einfach keiner interessiert nicht mal die Handvoll Leute von denen ich mir das am Anfang immer hofft habe dass sie das irgendwie interessiert deswegen ja jetzt auch rumkommen immer wild ne wunderbar dann fahren wir davon hin am Anfang war es irgendwie länglich muss ich sagen aber zum Ende hat man sich so in ins Thema reingequatscht und dann ging es erstaunlich schnell gut am Anfang gab es auch den einen oder anderen Unfall ja gute gute technische Probleme so dann finden wir vielleicht die Parkposition noch dann kann ich ja vielleicht sogar nochmal ein ähnliches äh Thumbnail aufnehmen wie für die erste Folge mal schauen ach schon mal am Anfang hatte ich noch diese Sprechblase nochmal mit drin die keiner lesen konnte weil es halt eine kleine Thumbnail ist aber ich hätte gesagt wir sind 6 Minuten zu spät das ist erstaunlich weil ich das Gefühl habe recht zügig gefahren zu sein aber wir rollen gut hier ist das gewesen so ungefähr haben wir das letztes Mal abgeschlossen kann man schauen vielleicht finde ich was hat der eine echte Position ansonsten bedanke ich mich sehr sehr herzlich fürs einschalten fürs zuschauen fürs dabei sein mittlerweile 10 Jahre machen es gut bis zum nächsten Mal tschüss